Ein schwerer Sturm hat in Ostfriesland eine Spur der Zerstörung hinterlassen und bis zu 50 Häuser beschädigt. Experten gehen davon aus, dass ein Tornado schuld sein könnte. Ein Sturm hat am Montagabend in einer Gemeinde in der Region Ostfriesland im Nordwesten Niedersachsens Dächer von Häusern gerissen, Fahrzeuge umgestürzt und Bäume umgestürzt. Bei dem Sturm, von dem vor allem die Gemeinde Großheider im Kreis Orich betroffen war, soll niemand verletzt worden sein. Die örtliche Feuerwehr teilte jedoch mit, dass etwa 50 Häuser beschädigt wurden, von denen fünf vorübergehend bewohnbar gemacht wurden. Auch Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse wurden durch umstürzende Bäume beschädigt. Ein Sprecher der Feuerwehr bezeichnete die Wucht des Sturms als beispiellos in der Region und bezeichnete sie als Tornado-artig. Es war das pure Chaos, das aufgeräumt werden musste, sagte Manuel Goldstein am Dienstag. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, die WD, sagte der Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur, es sei plausibel, dass möglicherweise ein Tornado stattgefunden habe, aber das müssen wir überprüfen. Auf der Wetterinformationsseite tornadoliste.de wurde der Sturm bereits als Tornado eingestuft. Wissenschaftler sagen, dass die globale Erwärmung die Wahrscheinlichkeit von extremen Wetterereignissen in allen Regionen der Welt erhöht. Und dann, wo wir die globale Erwärmung die Wahrscheinlichkeit von extremen Wettererinnen und Regionen der Welt erhöht. Und dann, wo wir die globale Erwärmung die Wahrscheinlichkeit von extremen Wettererinnen und Regionen der Welt erhöht.